Eine elegant gekleidete Dame kommt vom Einkauf. Ein schickes Seidentüchlein um den Hals, vielleicht von Hermès, trägt sie schwer an den Taschen von Gucci und anderen berühmten Firmen. Sie ist im Endeffekt das Opfer ihres Einkaufs. Die große Welt der Artikel, die große Welt der Markenartikel zieht an ihr vorbei und sie hat zugeschlagen. Nun trägt sie schwer an der Last. Ein wunderbares Beispiel der Kommentierung des Vorbeizugs in unserem Leben zwischen Konsum, Sparen, Einkauf und Wegwerfen. Wir sind Teil dieses Konsums. Auch wir werden eines Tages weggeworfen.